Das ist ein richtig geniales Flugzeugambient, das zu Ihnen nach Hause kommt. Und es sind genial starke Ventilatoren, die wir Ihnen jetzt hier anbieten. Abkühlung pur, genau das, was man braucht, oder? Ja, Sie schwitzen auch so. Der Ralf auch, der kommt jetzt sofort rein. Der ist auch ganz schön am Schützen. Hol dir auch einen. Ich auch, ja. Sie wollen gleich zwei haben, kein Problem. Wenn Sie auch dieses tolle Turbinen-Design haben möchten, gleich zweimal auf Ihrem Schreibtisch, damit es aussieht wie bei einem Flugzeug. Greifen Sie zu, wir haben noch welche. Herrlich, oder? Ja, wenn Sie im Hintergrund das Flugzeug beobachtet haben, dann sehen Sie, schauen Sie, genau hier, da ist das Flugwerk. Aber das ist eigentlich eins zu eins, eher noch eine ältere Maschine, also eher so noch ein bisschen so Richtung 50er oder 60er Jahre. Aber sowas möchte man einfach auf dem Schreibtisch haben. Jetzt natürlich die praktische Anwendung. Ich kühle mich und zwar in drei Stufen. Ich kann natürlich auch die Neigung einstellen. Hier vorne ganz einfach am Propeller praktisch die Ventilationsstärke eingestellt. Aber das hier von der Seite allein, das ist ein Highlight. Die Lüftungsschächte der Triebwerke hier, genau so eins zu eins. Und dann die ganzen Nieten ringsherum. Und wenn Sie im Urlaub waren, sehen Sie, solche Nieten sehen Sie heutzutage noch an den Triebwerken. Also das ist wirklich phänomenal und sieht mit Sicherheit auch auf Ihrem Schreibtisch hervorragend aus. Oder Sie sind einfach flugaffin. Flugaffin, Sie haben Modellflugzeuge vielleicht auch zu Hause schon selber gemacht. Dann ist das natürlich der einzige Ventilator, der für Sie in Frage kommt. Und ich drehe ihn jetzt ganz, ganz egoistisch, wie ich bin, einfach nochmal um. Denn wenn ich bei uns hier da oben hängt so ein Thermostat drauf, schaue, 30,8 Grad haben wir jetzt im Moment im Studio. Und das ist einfach ein bisschen zu viel. Dann hilft so ein Ventilator enorm. Und wenn es auch mal wieder kühler wird, da sehen Sie es, 30,8 Grad. Und wenn es mal wieder kühler wird, ist es einfach ein wunderbares Dekoobjekt, was ich auch nie verstecken muss. Ganz im Gegenteil, das stelle ich mir ganz, ganz stolz auf, also in mein Büro auf den Schreibtisch. Ich würde auch gleich zwei hinstellen, weil ich finde das so cool, wenn man davon dann direkt zwei auf dem Schreibtisch hat. Das sieht ja wirklich aus wie diese Turbinen von einem Flugzeug, davon dann zwei auf dem Schreibtisch, direkt rechts und links, wie bei so einem Flugzeug. Das ist exakt genau das. Und Sie haben gesehen, wie leistungsstark die sind, wenn man die anschaltet. Die haben ordentlich Power und dann hat man da einen tollen Ventilator, der auch noch so genial aussieht. Also vielleicht für Sie selber dann zu Hause, aber auch zum Verschenken natürlich eine ganz geniale Sache. Diese tollen Tischventilatoren in diesem tollen Turbinen-Design. Was gibt es genialeres? Ja, wir haben noch einige Stückzahlen, leider schon begrenzt, aber Sie können jetzt noch zuschlagen. Für 73,06 Euro Ihr TV-Sonderpreis. Das sind ja richtige Designerstücke, normalerweise sowas 130, 150 Euro gerne mal, wenn man die irgendwo sieht. Aber hier bei uns jetzt zum TV-Sonderpreis für Sie. Also wenn Sie zugreifen möchten, Sie haben jetzt hier die Chance. Also wirklich ganz genial. Und Sie können die natürlich dann hier auch, wenn Sie möchten, dann rotieren lassen. Reifs ist jetzt hier in der Rotation. Genau, dann geht das los. Ich mache das bei mir auch mal. Genau, zack. Dann fahren die auch so ein bisschen hin und her, wenn Sie das möchten. Selbstverständlich. Sie sehen, wie toll das dann auch aussieht. Dann wird die Luft noch schön verteilt, wenn Sie wollen. Und dann hat man hier eine tolle Abkühlung, jetzt gerade auch an den heißen Tagen. Aber auch so wirklich das ganze Jahr über einen riesen Blickfang. Also gerade wenn da von zwei stehen, ich bin da immer richtig begeistert. Es gibt ja ganz viele Flugzeugmuseen, dann auch viele Flugzeugliebhaber. Und sowas dann im Turbinendesign ist natürlich ein riesen Highlight. Ich war letzten Sommer auf so einer Flugshow. Da waren viele, viele Retromaschinen. Also diese Oldtimer, Doppeldecker, Einzeldecker. Also diese mit Eindeck, aber eben auch mit Triebwerken. Und die kamen dem hier ganz, ganz nah. Also ich muss sagen, da hat sich der Designer richtig Gedanken gemacht. Und ich glaube, so ein Ventilator, den sieht man und den verliebt man sich. Und dann will man ihn unbedingt zu Hause haben. Und jetzt bei der Affenhitze, und das kann man ja ruhig sagen, hat das natürlich noch den Vorteil, dieses Triebwerk. Ja, hinten bläst sich warm raus, wie ein normales Triebwerk. So nach vorne kommt die kühle Luft nach vorne. Ja, und das ist jetzt im Moment halt wirklich die Rettung für uns. Und wenn dann mal der Winter wieder kommt, kann ich es ganz einfach als Kunst, als Designobjekt stehen lassen. Ja, gerade die Fliegerfreunde werden jetzt sofort ans Telefon gehen. Rufen Sie an unter der 0180 51 51 3 mal die 2. Die Bestellnummer, die NX 68 65 569. Und dann auch noch die Fliegerfreunde, die sich auch so vernaht sind. Sie dürfen auch gleich mehrere bestellen. Vielleicht haben Sie auch noch Freunde, mit denen Sie gerne zusammen Flugzeuge anschauen. Die dann auch so vernaht sind in so etwas, die da gerne dann auch mal so etwas haben würden. Sie dürfen auch gleich mehrere bestellen. Oder wenn Sie auch sagen, ich möchte da wirklich direkt auch 2 nebeneinander auf meinem Schreibtisch stehen haben, dass es wirklich so aussieht wie bei einem Flugzeug. Die 2 Topien, die wir uns im Hintergrund auch sehen. Kein Thema. Sie dürfen mehrere bestellen, solange wir da Bestand haben. Wir sind leider schon auf begrenzten Stückzahlen, weil es ist sehr, sehr warm. Jeder möchte einen Ventilator haben und sowas ist was ganz Besonderes. Deshalb bitte da schnell in die Leitung gehen unter der 0180 51 51, dreimal die zwei. Und dann kommen diese Schmuckstücke zu Ihnen nach Hause innerhalb von zwei bis drei Tagen. Die Kollegen im Callcenter sind für Sie da. Die Bestellnummer sehen Sie eingeblendet. NX 68 65 569. Also da bin ich begeistert. Und Sie sehen gerade, Sie können natürlich auch diese Neigung dementsprechend anpassen. Das soll ja natürlich auch authentisch sein. Beim Start geht es natürlich dann so ein bisschen nach oben. Da können Sie das dann so ein bisschen variieren, können das so ein bisschen hochsetzen oder natürlich in eine gerade Position bringen. So wie Sie das möchten, können wir wirklich das dann auch anpassen, so wie Sie das haben wollen. Das gehört dann auch mit dazu. Und die Leistung ist sensationell. Also wirklich ein sehr leistungsstarker Ventilator, den Sie da haben. Egal, ob Sie jetzt für das Schlafzimmer haben wollen, für das Wohnzimmer. Können ja den aufstellen, wo Sie möchten. Dann haben Sie das hier vorne gesehen. Das ist toll gemacht, ne? Mit dieser hier gebürsteten Edelstahlkappe, die Sie hier im vorderen Teil haben, wo Sie dann auch noch mal die Leistung variabel gestalten können. Also so schick. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und unser Chef hat es sich nicht nehmen lassen, nachdem er ihn gesehen hat. Er hat gesagt, den will ich auf dem Schreibtisch stehen haben. Und raten Sie mal, wo hier bei uns in der Firma dieser Ventilator steht. Genau, auf dem Schreibtisch vom Chef. Und der ist sehr repräsentativ. Er ist auch immer wieder, wenn mal Gäste kommen oder Geschäftsfreunde, wird er darauf angesprochen, sagt, wirklich tolles, außergewöhnliches Design. Und wenn Sie sich jetzt auch spontan verliebt haben oder gesagt haben, oh, das ist mal was anderes, so ein eigenes Flugzeugtriebwerk auf dem Schreibtisch stehen haben, dann ganz schnell anrufen. Und sichern Sie sich, weil es ist nicht nur bei unserem Retro-Ventilator so, sondern bei wirklich fast allen Ventilatoren. Wir sind auf den letzten Stückzahlen und wenn die weg sind, dann war es das auch für diese Saison. Und an diesem Ventilator wird man ganz, ganz lange Freude haben, weil das ist ja ein Designobjekt. Also selbst im Winter lässt man den gerne auf dem Schreibtisch stehen. Die NX 68, 65, 569, greifen Sie dazu. Also wirklich was ganz, ganz Feines hier für Sie. Macht riesig viel Spaß und hat auch unheimliche Leistung. Und ich drehe den jetzt auch noch mal so ganz egoistisch hier zu mir. Oh, guter Plan, guter Plan. Weil das ist wirklich ein Traum, wenn der dann einmal loslegt, wenn so ein Triebwerk hier startet, dann kommt da auch ordentlich was raus und dann kann man das so richtig genießen. Abkühlung pur. Holt sich den auf den Schreibtisch und so einen wunderschönen Ventilator hier im Turin-Design.